Beine angewinkelt, wir haben die Füße ein bisschen mehr als schulterbreit auseinander und jetzt fangen wir an beide Knie in eine Richtung zu bewegen und wir gehen wieder zurück und wir achten darauf, dass das innere Knie auf Höhe des äußeren Fußes den Boden berührt und gehen wieder zurück. Die Hüfte sollte möglichst den Boden nicht verlassen, das ist eine Übung für die Hüftmobilisation.